Kostermann und Shapiro, Familienrecht, Unterlassungsaufforderung. Sehr geehrter Mr. Amber, ich repräsentiere Sarah Gearhart, gesetzmäßige Mutter von Rachel Amber und Antragstellerin auf geteiltes Sorgerecht für Rachel Amber, ihrer gesetzmäßigen Tochter. Bitte beachten Sie, dass die Gesetze von Oregon es erforderlich machen, dass rechtliche Vorminderjähriger auf alle und jegliche gesetzmäßigen Anträge der Eltern zur Wiederaufnahme des Kontakts mit ihren Kindern in Treu und Glauben reagieren müssen. Im Namen meiner Klientin fordere ich, sie hiermit auf, die ungesetzmäßige Verhinderung des Kontaktes zwischen Sarah Gearhart und Rachel Amber zu unterlassen. Hiermit wurde ihnen mitgeteilt, dass eine fortwährende Verweigerung in einer Klageneinrichtung gemäß dem Familiengesetz von Oregon Satzung 42,4b Tillamook County Sozialdienst resultieren wird. Dieser Brief stellt ihre letzte Warnung in dieser Angelegenheit dar. Mit freundlichen Grüßen, Kevin G. Shapiro, LLC. So, das sieht so aus, dass Sarah das James-Center nicht verholt hat, weil er das vergessen hat, während seiner Geschichte letzte Nacht. Ja, über 3.000 Dollar, Alter. Nette Summe. Das ist auch nicht der Beweis. Das ist die Beweise? Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Auch nicht. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachels mom. Ah. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Der Handschuh. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Der Handschuh. Haben wir ja gelesen. Im Bericht. Ich warte. Was ist das denn Beweis, oder? Ich kann nicht... Ah, danke. Was ist das denn Beweis, oder? Ja, und jetzt zerstörst du das Zeug verdammt nochmal. Warum bist du so schlecht darin? Ich mache mich sofort an die Arbeit. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, oder? Ach Gottchen. Ne, ich kann nicht rausgehen. What? Ein Mülleimer. Ist das nicht ein Holzmühleimer? Du hast dich darum gekümmert. Gut, also. Da du schon Beweise zerstörst, kannst du mir auch sagen, welche von meinen Leuten der Spitzel ist. Wo ist sie? Keine Spiegel mehr. Sorry, Chef, aber du wirst tun, was ich dir sagte. Sag mir, wer es ist, oder willst du dich lieber selbst um deine Probleme kümmern? Ich hoffe, James hat etwas hier, um mir zu erzählen, wer Demons Informant ist. Also, ich muss mich finden, welcher von Demons Leute der Spitzel ist. Ich sollte nach dem Office suchen, um zu sehen, ob es eine Info gibt, die mir zu helfen ist. Okay, wenn ich einen dieser Leute kümmern werde, würde ich besser sicher sein, dass ich richtig bin. Oh, scheiße! Oh, Gerard würde sich wünschen, wir wären uns nie begegnet. Gut gemacht. Dann bleibt mir nur noch die Übergabe. Zeig mir, dass du dein Geld hast. Und ich sage dir, wo wir uns treffen. Dem exakten Getrag, den deine Wohlen mir gestohlen haben. Hier ist hoping, James hat bereits Demons Geld. Aber wo würde es sein? Ja, da nicht. Wo könnte es denn sein? Ah, okay. Das könnte es da haben, ja. Möglicherweise. Alter, das ist eine Menge Geld. Holy shit. Okay, gut gemacht. Hier ist ein Mädel, bereit zum Abgang. Fuck, das ist Sarah. Und, sie ist in der Pfanne. Was macht er zu ihr? Holy shit. Does James even know what he's doing? Okay. I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Yep. Oh, shit. Elliot? Hey. Elliot? Warum? Warum? What are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did you really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did. I did. I'm worried about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe. What is... Ah! Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe. What have you gotten yourself into? You... You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? Honestly, Elliot, you... You can judge me all you want. But it's pretty fucked up that you're here right now. And... I don't have time for this. When? What? When will you have time? For me? You have all the time in the world for... For Rachel. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just... Take a step back. No! You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You... You don't know what you're talking about. First night you hang out... What happens? You end up in a fight. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop... Stop suggesting that she's... Somehow... Bad for... The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. I took the fall because I wanted to. Rachel tried to protect me. Yet somehow, it all worked out for her in the end. As usual. You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? God... Look... I'm sorry I ditched you for the play, but... This isn't about that! Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough! Look... Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake! You're real. And... I hate to see her manipulate you like this. Elliot... I... I promise... No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy! It wasn't as easy as you could have been you in that hospital today. If that ever happened... Look... I hear you. I... I appreciate the concern. I don't think you do. Elliot... I'm the one who cares about you, Chloe. Me. Not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel... And pay attention to me now. For once. Elliot... Please. I know you're upset, but... I'm not upset! I'm trying to help you. Elliot's gone full-blown crazy. I... I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me! We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. All is clear. 9-1-1, what's your first date? All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. What's really going on here? You can tell me. You mean here? Specifically? Like, uh... The Amber House? I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. Uh... You're the one who's keeping me here. At the Arcadia Bay D.A. James Ambers' house. You're acting strange. What's going on? What? Nothing. I... What are you? You're the one who's keeping me up with you. Ah... Ey, das darf ich nicht raus mit diesem Überreden, ey. Oh, you bitch! Can't you see? I just want to help you! You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel? This is what I'm talking about. No! You idiot! What the fuck? Better run, dickbag! Cops will be here any minute. Alles klar, Leute! Boah! Ich glaube... Ich zweiteile diesen Part jetzt schon. Haben wir zwei 15-Minuten-Parts oder so. Aber alter Vater, ey. Ich dachte eigentlich, dass das so lange da noch dauert mit diesem Gespräch. Ich kriege diese Gespräche, dieses Überreden in diesem Spiel einfach nicht auf der Reihe. Ich kriege das nicht hin. Aber es war... Warum sag ich denn... Du behältst mich hier, hallo? Das ist doch... Ja, Leute. Das ist nicht mein... Nicht mein... Meine Kunst. Aber gut. Ich hoffe, euch haben die beiden Parts trotzdem gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Hautsch... Drei... Na...